Jo, hallo liebe YouTube-Gemeinde, so heute mal ein etwas anderes Video. Ja, ich weiß, ich sitze wieder hier und bin irgendwas am Erzählen, ja heute auch mit Kontaktlinsen. Und ihr seht sehr zubelt aus, weil wir haben mitten in der Nacht und es war ein anstrengendes Wochenende bisher. Morgen geht es weiter mit der Arbeit. Da sind wieder Tanzkurse dran, also von daher passt das. So, passt auf. Ich habe heute mal einen Aufreger und zwar etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich hoffe, man darf Rauchen im Fernsehen, das Helmut Schmidt gemacht hat. Ich mache das jetzt auch. Von daher passt das. So, passt auf. Ganz kurz, damit ihr mal wisst, wie gesagt, was ich so beruflich mache. Also ich bin, klar, hauptberuflich bin ich Tanzlehrer, beziehungsweise Tanztrainer. Ich unterrichte halt, mache Verschiedenes. Da gibt es so ungefähr dieselbe Thematik, aber das ist nicht ganz so schlimm. Dann bin ich sowohl als DJ unterwegs in verschiedenen Bereichen und als Kleinkünstler. Das heißt, zaubern, Ballon-Tiere, Animation, Entertainment-Moderation, all sowas halt, was dazu gehört. So, heute geht es mal um die DJ-Sache. Ganz kurz, vielleicht hört das auch der ein oder andere Kollege oder wie auch immer. Und vielleicht auch mal ein Gast. Dann könnte man vielleicht eine Diskussion starten, dass man so etwas mal hat, dass man da mal hat. Also eine sinnvolle Diskussion, kein Schwachsinn bitte. Also ich würde sagen, ich persönlich bin eher, also als DJ, wie gesagt, ja, ich verdiene Geld damit. Ja, ich nehme auch nicht wenig Geld. Und ja, ich bin gut. Nein, ich bin nicht so gut, dass die Leute unbedingt wegen mir zu einem Gig kommen. Weil wenn das so wäre, dann würde ich, glaube ich, nichts anderes mehr machen und sehr gut davon leben. Ein David Guetta oder was auch immer, weiß ich nicht, bin ich jetzt nun nicht. Das wäre die Frage wieder, was ist Kommerz und was nicht. Und ich denke, das beantworten wir ein andermal, da kommt auch noch eine Diskussion. Nein, aber es geht darum, ich selber bin Allrounder als DJ, würde ich einfach mal sagen. Ich spiele alles bis auf Hip-Hop. Nein, anders gesagt, ich finde, ich bin Dienstleister. Und in dem Falle, wenn ich auf einer Kirmes, auf einem Schützenfest, in einer Diskothek, in einem Club, was weiß ich, spiele, in Mallorca, keine Ahnung, völlig egal wo. Meine Aufgabe ist es, dass die Leute unterhalten werden und dass Umsatz gemacht wird. So, weil ich kriege auch nicht gerade wenig Geld, nur wenn kein Umsatz da ist, die Leute nichts verzehren, nichts trinken, was auch immer, habe ich also auch nichts davon. Das heißt, das heißt, dass ich dafür sorgen muss, dass die Leute bei Laune sind. So, wenn ich jetzt eine Veranstaltung habe, wo jetzt beispielsweise, keine Ahnung, die Leute alle Schlager hören, ja gut, dann spiele ich auch gerne Schlager, habe ich auch kein Problem mit. Heißt ja nicht, dass es meine Musik ist. Das muss mir ja nicht gefallen. Ich bin in dem Fall Dienstleister und ich spiele das, was den Leuten gefällt. Genre-Partys gibt es natürlich auch, was weiß ich, 90er, 80er, keine Ahnung, Techno, was auch immer. Das ist was anderes. Ich bin Dienstleister in dem Fall und muss dafür sorgen, dass die Leute gut drauf sind. Da ich so eine Rampensau bin, das heißt also, ich hampel da rum, ich springe, ich mache alles, was weiß ich, könnt ihr euch aussuchen. Ich mache jeden Scheiß. Das passt auch. So, gestern war bei mir im Nachbardorf, beziehungsweise zwei, drei Dörfer weiter, Kirmes. So, schönes Zelt, wunderbar, hat auch mega Spaß gemacht, war super. So, ich spiele, es war als Disco angekündigt. Das heißt, dementsprechend, klubhaftige Musik, so wie ich auch in Köln oder sonst wo spiele halt, war, was heißt, nicht ganz so klubbig. Das war ein bisschen EDM-Bereich mit kommerziellen R'n'B, eine kleine Ballermann-Session, ein bisschen Rock, also querbeet. Es war eine Party. So. Jetzt ist das Problem, ich hasse es, wenn die Leute mich alle kennen. Das ist manchmal echt nervig, weil dann ist es immer so, ja, ich kenne den DJ jetzt. Aber zu dem Problem. Okay, ich gehe ja wirklich immer auf Wünsche ein, zumindest versuche ich es. Und die Leute kommen zu mir, ich frage mir das natürlich auch. Also das heißt, ich sage so, Leute, kommt her, ich helfe euch, wir machen das zusammen. Sagt mal, was kann ich spielen, wie auch immer. Aber so, jetzt ist das Problem, jetzt waren, keine Ahnung, wurde sich Techno gewünscht. Mache ich, kein Problem. Ich sage immer mein Motto, ich spiele alles, damit alle zufrieden sind. Klappt auch immer ganz gut. Jetzt habe ich mal zwei Lieder Techno gespielt. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau war, aber das war so ein bisschen EDM-lastig. Also tanzbar. Kommt eine zu mir an und sagt, ey, hör mal, du spielst jetzt nur noch Techno oder was? Ich sage, ich habe jetzt gerade mal vier Minuten Techno gespielt. Jetzt, guck mal, ja, mach was anderes. So, das geht dann bei jedem Genre so, das geht immer so weiter. So die Kacke ist, was mich nur ankotzt, dass die Leute, ähm, ah, ich meine, man hat ja irgendwo mal so eine Richtung und man wechselt auch. Aber ich kann nicht ein Lied 30 Sekunden anspielen und dann wieder weglassen. So, genau die Situation, stehe ich da, kommt ein Typ an, springt mir fast aufs Pult rauf, so ungefähr, reißt mir da das Zeug runter und meint, ey, was soll denn die Scheiße, das ist doch Kacke alles. Ich sage, hä, was will er denn jetzt? Da hatte ich gerade mal drei Lieder was Schlagermäßiges gespielt. So, ich sage zu dem, ich sage, was ist ja jetzt dein Problem? Ich sage, dreh dich doch mal um. Ich sage, guck auf die Fläche und da waren ungelogen, ich würde sagen, so 15, 20 Paare, also Paare am Tanzen. So, das läuft natürlich nicht den ganzen Abend. Die waren einfach am Tanzen, dass die auch mal zu Potte kamen. Ey, wo ich manchmal denke, was geht in dem Hirn von den Leuten vor? Was stellen die sich vor? Kennen die nicht dieses Schild? Ähm, the DJ is our friend and not a jukebox. So, ich meine, meine Aufgabe ist doch, jedem irgendwie gerecht zu werden. Ey, was soll die Scheiße eigentlich? Boah, irgendwann kotzt mich das sowas von an. Und je nach Veranstaltung habe ich echt nur noch Security da, die das erste, wenn die auf der Bühne kommen, die Leute, denen einfach mal einer aufs Maul haut. Naja, natürlich nicht. Aber die einfach sagen, ey, bitte nicht. So, und ich meine, natürlich kann ich nicht, wenn, was weiß ich, was waren da jetzt, keine Ahnung, 300 Leute, 350 Leute da sind, verschiedenen Alters. Da kann ich doch bitte nicht jedem wirklich gerecht werden. Und wieso nimmt sich jeder das Recht raus, den Menschen, der seit, was weiß ich, mittags da steht und aufgebaut hat, um ab abends sich zum Deppen macht und da auch noch wirklich sich den Arsch aufreißt, keine Müdigkeit zeigt, immer gut drauf ist, immer die Leute animiert, zu jeder Musik feiert, egal ob sie mir gefällt oder nicht. Weil das ist nicht meine Aufgabe. In dem Falle bin ich ein Allrounder und Dienstleister und muss den Leuten das verkaufen, was die hören wollen. Also wie gesagt, wenn die wegen mir kommen würden, dann würde ich mir den Scheiß nicht antun. Also was heißt, es ist kein Scheiß, mir macht es ja Spaß. Aber dann würde ich mir den ganzen Brassel nicht antun. Aber diesen Status, ich weiß nicht, den haben sehr, sehr wenige. Und auch wenn viele das meinen, aber keine Ahnung, wenn ich nicht meine eigenen Lieder produziere und davon leben kann, dann sollte ich mal ganz schnell die Klappe halten. Und es gibt einen Menschen, von dem ich das gelernt habe, den werde ich auch noch verlinken in diesem Video. Das ist der Boris Richter, ein wunderbarer DJ, von dem ich eine ganze Menge gelernt habe, auch schon zusammen Musik gemacht habe. Ich sage nur hier, Tonfabrik Z4 for the win. Und ich würde gerne mal wissen von Kollegen, wenn das überhaupt dieses Video erreicht, wie macht ihr das? Ich meine klar, wenn man im Club ist, in der Disco, wo ein Genre angesagt ist, was weiß ich, nur House, nur Techno, nur Hip-Hop, was weiß ich. Dann ist klar, dann gehe ich da hin. Ich gehe auch nicht auf ein ACDC-Konzert und will, keine Ahnung, Calvin Harris hören. Das mache ich auch nicht. Das ist ganz klar, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das ist auch nicht Grundlage. Aber ich möchte mal die DJs fragen, die, also jetzt keine Hobby-DJs, sondern schon semi-professionelle DJs, die ihr Geld damit verdienen. Wie macht ihr das? Ihr seid auf Allround-Partys, wo wirklich alles läuft. Quer, beet. Wie macht ihr das? Geht ihr da hin und sagt nur, ihr könnt mich mal, ihr zieht euer Ding durch? Oder hört ihr euch Wünsche an? Wie geht ihr mit aggressiven Gästen um, die da so rum titschen? Wie steht ihr dazu? Also das würde mich einfach mal interessieren. Und wenn ihr Gäste seid auf Veranstaltungen, wie bitteschön macht ihr das mit dem DJ? Also ich meine, wie gesagt, ich habe ja nichts gegen Alkohol. Also ich meine, klar, wenn man alkoholisiert ist, heute beim Abbauen, beziehungsweise, also Tag später, da waren die Leute dann auf einmal kackfreundlich alle so ungefähr. Ich denke, was ist denn da bloß? Ja, war super Musik, keine Ahnung. Dann denke ich, oh mein Gott, war da so viel Alkohol im Spiel. Also ich weiß es nicht. Ich bin da manchmal etwas verwirrt und vor allen Dingen, ja, es regt mich manchmal tierisch auf, wo ich denke, ich mache die Scheiße nicht mehr. So jetzt kann ich wirklich sagen, ich mache das schon über zehn Jahre, weit mehr. Ich habe ungelogen über 300, 350 Veranstaltungen gespielt. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich spiele Privatveranstaltungen von Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen, was weiß ich. Ich spiele Firmenveranstaltungen, ich spiele in Diskotheken, ich spiele in Clubs, in einem Online-Radio bin ich, wo ich spiele. Also ich habe ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ich versuche den Leuten immer alles recht zu machen. Auch als Künstler, wie gesagt, heute war ich wieder auf einem Sommerfest, da habe ich gezaubert und Ballons gemacht. Manchmal sind die Leute einfach anstrengend und Arschlöcher. Dabei versucht man denen nur was Gutes zu tun. Diese, was mich einfach nervt, diese ständige Konsumierung und direkte Verfügbarkeit von Sachen. Ich meine, es ist normal, dass ich heute ein Lied schnell bei YouTube, keine Ahnung, mit der Hand hören kann, wie auch immer. Noch schlimmer ist es, die Leute, die da Lieder runterladen und damit dann durch die Gegend tingeln. Noch, noch schlimmer ist, die Menschen, die damit auch noch meinen auflegen zu müssen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber diese ständige, schnelle Verfügbarkeit, was mir nicht gefällt, weg. Was mir nicht gefällt, weg. Ich will das jetzt haben und, und, und. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch einfach nur zum Kotzen. Ja, so. Jetzt habe ich mich auf jeden Fall tierisch aufgeregt. Ich würde gerne mal wissen, was ihr da so von denkt. Boris, falls du das siehst und hörst, du kannst ja mal deinen Senf dazu geben. Du kannst auch gerne einen Videokommentar machen, wenn das irgendwie geht. Ich stelle es gerne online. Ich würde einfach mal gerne nochmal deine Meinung hören. Leider haben wir uns ja ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, ob du noch tätig bist in dem Metier. Ich denke mal schon. Aber irgendwo ist es echt nervig manchmal. So, ihr seht, ich habe dicke Augen. Ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie viele zig Stunden wach nach zwei Tagen arbeiten. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich lade das Video jetzt hoch. Gehabt euch wohl. Ich liebe euch, meine Freunde. Wir haben, wir sehen uns. See you later. Bis zum nächsten Mal.